Jetzt nütze ich für euch in Tests hier die römischen Lichter. Drei Stück sind drin, zwei werde ich mal testen für euch. Ich finde das was lustig, ich zeige euch das mal. Die sind auf dem Plastikblister. Ich zeige euch mal die auf und testen. Ja, ja. Kann man definitiv mitleben. Kleiner Durchzunahmende, aber ist in Ordnung. Machen wir noch einzelnen Romet hier. Oh, 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 oh. Nicht schön, nicht schön. Ich muss ja den Gerückstoß reden, ja. Und ich will da durchzunahmen. Na ja. Na ja. Na ja. So, und dann. Schauen wir mal da hinten hin, was da abgeht. Weil wir schon hier dabei sind zu filmen. Ja, alles klar. Und rein.